mohrleute herzlich willkommen zu einer neuen folge haus flipper teil part 1 zum glück ist mich eigentlich da sagt nicht zum glück rohani hallo ich dachte sagt ronnie ich habe ich habe gedacht ich habe schon gehofft wenn ich die aufnahme starte das war jetzt aber leider war nicht der fall zum glück aber vielleicht hat das war am freitag dabei am freitag ich gehe am freitag bei twitch live dabei wenn ihr wollt dass ihr nichts verpasst wir machen da 24 stunden stream er denkt sich denkt sich schafft das nicht okay wie viel wird mein umfeuchten händedruck doch ein feuchter händedruck ok gerne dann wird mir um base dann ist ja und wenn wenn ich das noch mal machen muss ja ja wenn ich noch mal verliere wegen 24 stunden dann fresse ich im besten hatte mal was angefangen wird am dezember hast du schon mitgezählt wie viel basen das sind ich habe nicht gezählt ne mehr als fünf wahrscheinlich da müssen wir mal die minigurke fragen warum ich bin ein mann ich bin ein großer mann das glaubt doch trotzdem wirklich macht doch die augen zu dann siehst du was du davon hast freunde schreit in die kommentare hat es bei euch geblitzt und gedonnert oder gewittert sage ich jetzt mal bei mir für jeden fall bei mir hat sogar geschifft so ich habe das schön geschlafen bin dann wach geworden aber ich bin nicht zum mutiger an was alle andere machen würden mutti so ein weiche bin ich auch wieder nicht wie michael was ja das mal gucken alter vier und muttiere eine heizung so ein weiche bin ich auch keine heizung läuft leute was habt ihr so eine große pfütze das haus sieht aus kommt schon freunde da wollt ihr mich alle ficken sorry das hätte ich nicht sagen dürfen na ups das hast du nicht gesagt gehört nein das wollte ich nicht sagen damit eine aufnahme du armstuck tuck so ein ronnie bist du scherzkeks auch der kleine alex ist schon wieder da juhu warum ein jahr hast du nicht gehört zum glück hat es nicht gehört was ich zu michael gesagt habe was ich am freitag vor habe du hast eine bohne so wenn der alex ficken ja hat angefangen mit baune lecker baune doch montiere die geräte die die hier hat er mal Okay. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.